Oh, das kannst du doch so nicht sagen. Das kannst du so nicht sagen. Herzlich willkommen zu Minecraft Drifter. Mit Nephias und Kundran. Guten Tag. Hat man dich so verwirrt? Meiner Wenigkeit. Ja, ich dachte so... Hast du den Mandragora wieder gefragt? Ja, ich hab die ja noch nicht alle abgeerntet. Wir haben jetzt eine Flower Pouch, weil in meinen Kommentaren danach geschrien wurde. Ihr könnt auch jetzt schon mal abstimmen für das nächste Projekt. Wir haben ja jetzt schon wieder demnächst... wie viele Folgen? Ähm... 20 doch erst? Ja, Kummer. 20. Da ist ein gutes Projekt ist nach 20 Folgen zu Ende. Feier ein Jubiläum heute. Was für ein Jubiläum denn? Die 20. Folge nehmen wir glaube ich gerade auf. Wir haben nichts vorbereitet. Ich glaube heute kam die 18. Und einer haben wir noch vorher. Das ist fast so unspektakulär wie die 100. Folge Engineers. Ja, dafür war die 102. besser. Die 102. war gut. Da haben wir dann den Dings gemacht. Den Wither-God getötet. Den Wither. Aber sowas macht man nicht in der 100. Eigentlich wollten wir das in der 100. machen, aber wir waren nicht fertig mit dem... Wir waren endlich langsam. Mit den Vorbereitungen. Die Folge länger machen müssen. Die waren schon überlänglich. Die waren schon teilweise länger, ja. Außerdem mag ich das ja nicht, auch wenn die Zuschauer das nicht mögen. Magst du es nicht, auch wenn die Zuschauer das nicht mögen? Ja, ich mag nicht länger als 15 Minuten. Das ist... Kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Was ist in deiner Vergangenheit passiert, dass du was gegen länger als 15 Minuten hast? Nein, ich habe nichts gegen länger als 15 Minuten. Ich wollte gerade fragen, ob das auch in anderen Dingen im Leben bei dir so zutrifft, dass du... Wo ist der vorher vorgedacht? Na, da geht unter 15 Minuten nichts. Schatz, tut mir leid. 15 Minuten. Entweder wirfst du noch einen Euro ein, oder... Das geht nie weiter. Ich schmeiß hier einen Euro rein. In den Schlitz. In den Schlitz. In den Schlitz. Ne, bitte nicht. Das musst du auch nicht vertiefen hier. Ne, das solltest du nicht vertiefen. Für sie sinkt das Devo. Boah, ist das kalt in meiner Bude! Ja. Alter. Ich würde ja jetzt die Heizung ja machen. Jetzt keine Tannen. Wobei, Oktober ist ja noch nicht Heizperiode, ne? Ach, ich hatte die Heizung schon an, ey. Nein. Es ist kalt. Alter, nee. Hör auf! Ich wohne im Altbau, ey. Im Altenheim. Ja, wohne ich sowieso. Hör auf, Nefi. Heizperiode von... Was bist du? Wer bist du? Ein Grunt. Heizperiode ist von November bis Februar. Ach. Der April ist doch auch noch scheiße kalt. Aber nicht mit in der Heizperiode. Es tut mir leid. Periode hin oder her. Scheiß drauf. Kunat hat schon wieder an was anderes gedacht. Hat ganz an der Lache gehört. Hat wieder an irgendwelche Perioden gedacht. Ja, hat schon wieder an irgendwas anderes gedacht, ey. Was kann ich an was? Ja, über den Strich über Zahlen. Periodische Systeme zum Beispiel. Ah, gut gerettet. Respekt. Äh... Was bist du? Ach, boah, was bist du? Du bist ein. Bist du ein Grunt, ne? Geh ich gar nichts an. Nein, du gehst gar nichts an. Geh ich gar nichts an. Wer bist du? Ein Goblin. Es geht dich nichts an. Ein Hopgoblin. Oh mein Gott, Hopgoblin. Da hab ich aber Angst, dass du mich snipen. Was? Hört, äh, Destiny. Cast? Da hast du Hopgoblins. Ach so, ah so, Destiny. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Die sind fies. Fisk? Ja. Oh, Hopgoblins sind Fisk. Ich versteh jetzt nicht ganz, was Fisk damit zu tun hat, aber... Echt, was hat Fisk damit zu tun? Der ist ein Hopgoblin. Ich lauf hier planlos um die... Über die... Über die... Über den Planeten... Weiß nicht, wo ich dann... Und was hat... Was hat Fisk damit zu tun? Der ist ein Hopgoblin. Na. Du könntest dich ja hierhin stellen und angeln. Der one-hitted mich ja immer als Sniper. Hierhin stellen und angeln. Gestern hätte ich die Runde noch was gemacht. Könnt mich immer noch aufregen. Von wie ich sie dann alle noch... Das war schon geil. Wie ich sie alle noch gewonshottet hab dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab irgendwie... You feel the wind carrying beneath your feet. TTT-Spoiler, nur weil ich nicht da war? Stimmt, das sind TTT-Spoiler. Nur weil ich nicht da war. Und dann bin ich heute dabei und da gibt's wahrscheinlich extra Folgen. Äh... Wir haben gestern geguckt, also... Wer meint... Nee, ich glaub heute noch nicht. Nee, heute noch nicht. Nächstes Mal. Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal krank. Weil wir haben schon viele Folgen eigentlich, hat er gesagt. Acht. Ich hab gar keine, also... Ich hab meine alle aufgebraucht. Bringst du jetzt auch zum richtigen Zeit-Probier raus? Nee, fast. Das dauert noch ein bisschen. Aber dauert nicht mehr lang. Was ist das denn? Hab ich Flint? Bei mir in den Kommentaren wurde auch geschrieben, zwei Gravel geben einen Flint oder so. Gucken wir mal. Ja geil, man kann Flint-Craft. Oh, hier ist ein Witchery-Buch, das ist ja geil. Hast du ein Buch gefunden von Witchery? Noch... What the fuck? Hier sind... Hier sind glaub ich alle Witchery-Bücher grade. In so einem Hexenhäuschen? Äh... Ja, kann sein, dass es ein Hexenhäuschen ist. Inventar ist... Ach, ich hab ja... Kann ich hier auf meinen Rucksack direkt zugreifen? Äh... Ne, du musst ins Inventar gehen. Also ja, du kannst ihn zugreifen, klar. Ja, aber nicht aus der... Fuck, wie krieg ich die denn? Wo kommst du Feuervögel denn schon wieder hin? Es sind keine Feuervögel, Konrant. Es sind bei mir jetzt Feuervögel. Wo krieg ich diese Gems her, ey? Scheiße, ich will diese Gems haben. Die haben alles voll erschwert hier in dem Mod-Pack. Ich will doch nur drei Fische haben. Alle haben hier Probleme. Ich hab keine Probleme eigentlich. Habt ihr Fisch? Angeln ist irgendwie schwieriger geworden. Alle in ihre Schlafsäcke, Jungs? Jetzt haben wir ein Problem. Ich liege. Ich wollte es schon immer im Freien treiben. Sehr schön. Okay. Okay. Haben wir hier für Bücher noch in den... Der Wand. Noch in Vitry. Auch noch eins. Geil ist das denn? Haben wir die Massen an Vitry-Büchern hier gefunden in dem Dorf. Oh, und irgendwas von Tinkers Construct. Ah! Der Baum hat mich auf mein Haus geschleudert. Oh Gott. Ja, die sind cool. Find ich voll geil. Find die gar nicht so cool. Wieso haben wir eigentlich gerade so eine Baumparty im Garten? Was? Überall Bäume. Also laufende Bäume. So. So. Das war doch schon mal sehr erfol- Ach, hier ist auch eine Schmiede. Machen wir denn jetzt weiter? Kann ich euch Villagern denn hier noch abnehmen? Okay. Töte sie ja nicht. Ich nehme nur Sachen mit von ihnen. Okay. Ähm. Bringen uns irgendwie hier andere Formen noch was? Aus Bronze? Oder von Tinkers? Ja. Aber kannst du einfach mitnehmen. Kannst du auch einschmelzen alles. Ja, genau. Also wenn das so, schon so Axtköpfe sind aus Bronze. Kannst du mitnehmen. Ja, genau. So ein Zeug. Blue und Cyan. Du. Wollte ich zwar eigentlich ja gar nicht machen. Ich wollt ja eigentlich andere Sachen holen. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin? Dann. Ich dachte wenn ich jetzt keinen Fisch fange, dann hör ich auf, Leute. Mit Angeln. Aber leider muss diese Folge aus Angeln bestehen, weil ich hab grad eingefangen. Da-da-da-da. Hier ist sogar so ne Obsidian Form. Bringt uns die was? Nimm mit. Ja, hab ich jetzt. Außer dein Inventar ist voll anders liegen, dann wär's nicht so schlimm. Dann nimm mit. Ich will nämlich, ich habe mir jetzt schon eine Ender-Chest gebaut, als will ich eine Ender-Pouch haben, weil wenn ich eine Pouch habe, kann ich immer alles in die Ender-Chest legen und zugreifen. Was hast du denn? Ich habe mich erschrocken. Kam ein Baum oder was? Es stand auf dem Dach einfach ein Yeti. Ich gehe die Leiter hoch und auf dem Dach steht ein Yeti. Okay. So habe ich Kundra noch nie gehört. Erschreibt mich sonst auch nicht so häufig. Wow, ich habe geangelt und ein Lillipad bekommen. Dass das funktioniert. Hier auf dem Dach auch wieder was. Oh, da drüben ist ein Schokobro. Oh, da drüben. Hier auf dem Dach ist nix. Schokobroos muss ich auch noch anpassen. Wir haben eigentlich, guck mal, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich aufs Greenman-Zaun und ein Haus setze. Wir haben so viel zu tun. Hier können wir noch Bücher abholen, wenn wir brauchen. Ja, Bücher habe ich den ganzen Stack zu Hause. Jetzt habe ich drei Fische, Leute. Ich kann jetzt wieder nach Hause gehen. Die bauen hier Mystical Flower, Brown Flower an. Oh. Bauen Flowers an? Ja. Nimm die mit? Nimm alles mit. Konnte man Wolle nicht wieder in Fäden machen? Ähm, kann ich die einfach abbauen oder muss man die... Ja, also die kleinen kann es einfach abbauen. Ein Zier. Wollen wir wegschmeißen? Da ist mich voll. Ein blauer und ein pinker. Was machen denn die ganzen Mobs? Oh, hier sind noch mehr. Das ist so viel laut. Dann ein Seed. Erfolg. Die war für Wasser oder so, da muss ich noch gucken. Da machen wir aber noch eine von. Ein Buckei. Och, das sind die Bücher. So. Vier Wolle, sagtest du? Ja. Ah, was das ist? Das und das. So. Stell ich jetzt erstmal hier hin und muss ich nochmal gucken, wie die gingen. Wow, was bist du? Okay. Alte. Kundran ist heute gut drauf, ey. Kundran ist echt so ein Schrei-Let's-Player, ey. So fing es bei mir auch an. Ein Ancient Golem. Rot und Braun. Nefi, vier Wolle, wie willst du das denn machen? Ging nicht. Jage ich mich denn. Ne, okay, ging nicht, okay. Mit Mana und Fusion geht das. Ach komm, eigentlich brauche ich den auch nicht. String. Ah, Cotton, ja. Rusted Iron, Ingrid. Ne, das ist dann aber, stimmt. Man kann das einfach da reinwerfen, wie gut ist das denn? Habt ihr noch ein, kann ich das da reinwerfen oder was? Brauchst du unbedingt Strings gerade? Ja, hast du noch welche oder so? Ne, es geht aber nicht mit meinem Ding, da fehlt noch was. Ich glaube, das ist späteres Mana-Ding. Also ich kann es gerade reinwerfen, das geht nicht. Okay, ich kann ja mal gucken, ob du. Noch hast. Ja, guck bei mir. Ich will jetzt erstmal nach Hause. Wo müsste das denn sein? Tierloot? Tierloot, wenn. Oder Monsterloot? Ne, Tier. Sind es Spinnentiere? Ach, stimmt. Das ist Monster dann, ja. Ne, hast du aber nicht. Hat Kunan noch Strings? Ähm, musst du in den Truhen schauen. Ich glaube aber nicht mehr viele. Wofür brauchst du denn? Für die Baits oder was? Ja. Achso, hast du das noch nicht ausprobiert? Ich habe drei Fische jetzt. Durch den Bait? Was ist das? Was? Durch das Bait-Gedöns? Ja, doch, da brauch ich drei Fische und ein Vollsturm. Und dann weißt du nicht mehr. Für wie viele Fische das ist? Obelisk. Obelisk wahrscheinlich. Nefi? Was denn? Was ist das? Hier ist so eine Art Obelisk. So aus Obsidian? Ja. Das sind Stehen, der ist für Towncord. Das sind für die Wifsps. Geht ja gut aus. Abgebaut hätte ich den jetzt auch nicht, aber. Hättest du, glaube ich, auch gar nicht geschafft, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine. Ich könnte eine Chili essen. Äh, die habe ich extra. Ah, so. Oh, shit. Ähm. Zack. Warte mal, ich kann jetzt auch noch meine Tiere... Wie will denn jetzt auch noch mal alle her? Und zack. Ja, ich will auch noch sterben. Seid fruchtbar und mehret euch. Wer jetzt? Du und Nefi. Alles klar. Nein, ist aber gerade zu weit weg, glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Okay, dann kann ich den für später später machen. Ähm. So. Die hätten wir. Kann ich denn schon einen Mana-Star machen? Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Ich mache die einfach mal alle. Mana-Star. Ich kotze gleich. Die kann ich noch nicht. Das sind Runen. Das sind auch Runen. Das kann ich alles noch nicht. Das kann ich alles noch nicht tun. Also, ich glaube, ich muss die alle mal machen hier. Light Blue und Cyan. Ach, und Grün und Rot. Ach ja. Ja, wenn es weiter nichts ist. Wir sind schon Cast... Hör auf zu casten. Der Cast... Casting, Casting. Wofür brauchen wir ein Casting? Mich hat auch keiner gecastet. Ich war einfach da. Was hat der Cast-Craft damit zu tun? Was werfen wir noch in den Raum? Casting, Casting. Ich brauche grüne Pflanzen. Was bringt denn der Kunde an welchen Pflanzen mit so? Ähm, nur die braunen. Wo bist du? Da muss ich gleich nochmal nach der Folge kurz googeln, was die Hydro-Angers... Ach, wo? Ich habe ja das Buch. Hallo. Grünen Kiste hier. Achso, in die Kiste. Ach, die sind das. Okay. War da noch nicht drin. Okay. Achso, funktioniert das Buch hier. The End of Flame, das... Ah, okay, das sind die Dinger, die ich... Ah, das sind die geilen Dinger. Okay. Aber was hatte ich denn jetzt eigentlich? Die Bücher sind ein Hörer. Und das sind die, die Wasser aufsaugen. Genau. Und hier rein? Die sind zu geil und... Bin ich mal gespannt, ob das hilft. Ja, liebe Freunde hier. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich rechts klicken soll, dass das meine Sachen hier abendet. Das macht das überhaupt nicht. Was ist das denn für fiese Zuschauer, die dich hier reinlegen? Ja, gut gemeint, aber... Denkst du. Vielleicht würde ich verarschen jetzt schon. Nein, meine Zuschauer verarschen mich nicht. Und lacht sich auf dem Fäustchen. Ha ha, er hat es tatsächlich versucht. Das ist so der Unterschied zwischen den Gurubai und den Sofa-Gaming-Zuschauern, weißt du? Ha 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 ha. Unsere sind super. Okay. Eigentlich mit Torn-Pages. Hab ich ganz andere Geschichten gehört, Kundon. Salvation of an Immortal. Okay. Was denn gegen die denn? Ich bin so blöd. Auf der Gamescom hast du noch gesagt. Elbein, wie heißt das denn? Als du deine Käppi angezogen hast. Was? Die Käppi, die Kundon komischerweise gestanden hat. Die Käppi, weil er sagt, er hat kein, äh, Käppi-Gesicht. Da ist auch nicht eben dabei. Genau. Doch, so ein Creme hatte ich dabei, aber... So ein Creme, die Haare schmieren, ist halt so ein bisschen, ja... Ja. Optimal. Findest du? Ja, schon. Okay. Kann man machen. Gibt's, aber... Gibt's da was von Razziofarben? Bestimmt. Wie viele Produkte von Razziofarben hast du eigentlich so inhaliert die letzten Tage? Döööööööööööööö. Oh. Wir müssen die Folge beenden. Wir haben eindeutig viele Bäume bei uns. So laufende, ne? Ja. Jaja. das tut grobe die folge wenden ich auch ja wir stehen sicher hat in sicherheit wir sollten aber lassen uns doch noch mal hinlegen und dann beenden wir so wie ich auf den steinboden kuh dran ist gemütlich geht nicht also leute ich würde sagen schaltet im nächsten tag wieder ein wenn es heißt minecraft ich habe vergessen wie es heißt drifter ich wusste nur wie das modpack heißt das heißt nämlich die pade ja wir sehen uns aber das nächste mal bis dahin tschau